Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute Fortnite bzw. ich zeige euch ein Tutorial. Denn mein Sohnemann, der Ben, der hat einen Trick rausgekriegt. Es gibt ja die Aufgabe und zwar folgende. Bei dieser Woche Winterfest sammle Stuntpunkte auf einem Geländemotorrad. Und jetzt bin ich gerade bei Phase 4 von 5, da muss man 7 Millionen Punkte sammeln und bei Phase 10 10 Millionen. Das kann einiges dauern, der Ben hat einen coolen Trick rausgefunden oder Glitch, vielmehr ein Bug. Ich zeige euch wie, Sekunde. So, ich mache das Ganze jetzt in einer ganz normalen Runde. Ich spiele gerade Null Bauen und wir müssen ein Motorrad finden erstmal. Das ist Aufgabe Nummer 1 und wenn wir das Motorrad haben, sehen wir uns gleich wieder. So, Motorrad gefunden, ihr müsst hier bei Shattered Fields landen, da findet man in der Regel dann Motorrad. Dann sucht ihr euch ein, ich sag jetzt mal ruhiges Eckchen, wo ihr ein bisschen mittendrin seid, wo euch keiner auf den Sack geht. Mit einem Zaun, so wie ihr jetzt, ja. Und dann müsst ihr versuchen, auf diesem Zaun mit dem Motorrad zu landen. Ja, hat nicht so gut geklappt. Ist ein bisschen tricky. So, ein bisschen versuchen immer. So, und wenn ihr dann gelandet seid, müsst ihr den Stun-Knopf auf dem Controller-SSB, müsst ihr gedrückt halten. Ah, nein. Und dann dürft ihr nicht runterfallen. Also manchmal landet man ein bisschen Käse. Muss ein bisschen besser landen. Und dann sammeltst du die ganze Zeit Punkte. Hallo. Ja, komm schon. Ich versuche uns jetzt nochmal. Oh, es ist tricky, wie gesagt. Also, es funktioniert, aber man muss halt treffen. Ah, es war ein bisschen zu weit vorne. Es war viel zu weit. Na, komm schon. Ach, komm. Okay. Ach, Mann, jetzt. So, jetzt haben wir es geschafft. Leider habe ich jetzt noch einen Wolf dabei. Ihr müsst jetzt nur jetzt den Stun-Knopf genug halten. Guckt hin. 500.000, 600.000. Easy going. Und ich muss ja, ihr seht, ne, seht ihr nicht wegen der Kamera. Ich muss, warte, warte, warte. Guck mal. Ich muss sieben Millionen Punkte machen. Und jetzt hätte ich einfach gedrückt. Die Problematik steht so ein bisschen beim Landen. Am besten ist, wenn ihr im Duo seid, dann kann der andere den Zaun kaputt machen. Dann landet das Motorrad super gerade. Und alles ist gut. Wenn ihr alleine seid, dann habt ihr eventuell Pech, dass ihr komisch aufkommt. Und dann seid ihr die Punkte weg. Wird wahrscheinlich jetzt gleich genauso passieren. Aber wir versuchen es. So, übrigens ein sehr guter Spot. Guckt mal auf der Karte. Wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo ich euch schon gesagt habe, aber rechts davon, bei der Baumgruppe. Da steht direkt ein Motorrad, eine Kiste und so. Dann habt ihr ein bisschen Ausrüstung, falls ein Kampf stattfinden sollte. So, aber ihr müsst einfach nur einmal kurz antippen. Ich habe jetzt auch Ewigkeiten gebraucht. Da hinten läuft einer. Hau bloß ab. Ihr müsst dann echt lange einmal kurz antippen, drauf springen. Dauert eine Weile, bis man den Trick einmal raus hat. Und dann sammelt ihr eure Millionen, wofür ihr sonst Ewigkeiten braucht. Bleibt ihr kurz hier hängen. So, Achtung. Jetzt reicht schon. Und jetzt muss er halt versuchen, wieder runter zu kommen. Zack, Punkte. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich direkt die 10 Millionen. Könnt ihr das nochmal versuchen. Ich meine, die Zone kommt jetzt gleich. Einfach so drauf springen. Ihr müsst mit dem, praktisch mit dem, mit dem Teil, wo der Motor drunter ist, müsst ihr drauf kommen. Das ist dann wie gesagt ein bisschen tricky. Einfach immer versuchen. So, nochmal vorwärts fahren hier. Und, ah, das war knapp. Und sobald ihr das geschafft habt, zack, habt ihr eure Millionen, wofür ihr sonst ein paar Minütchen oder Schlienchen braucht, eventuell je nachdem ihr es macht. Ihr könnt natürlich auch einfach springen und einen Backflip machen. Wenn ihr den landet, dann gibt es auch immer so 100.000. Naja, wenn man ihn landet. Also, wenn ihr jetzt praktisch den hier macht, springt, einen Backflip dabei macht, wenn es denn will, wie ich will. An die Wucht gerade nicht. Okay, das will ich gerade einfach gar nicht. So. Wenn ihr so einen Backflip macht, dann kriegt man so um die 100.000, wenn man es denn schafft. Da. So. Seht ihr? Das waren jetzt 60.000. Das war ein Gemickbruch. Ist ein bisschen dumm. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Das ist auch geil. Auch geil. Motorradfick. Aber jetzt, wie sie, scheiß drauf. Scheißegal. Ehrlich, Katastrophe. Aber, wenn ihr das gefallen hat, geholfen hat, dann lass mal ein Däumchen nach oben da. Props an den kleinen Mann, der das rausgekriegt hat oder der den, ich nenne es jetzt mal, Glitch, whatever, rausgekriegt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.